Moment, Moment. Du sagst, du hast Leandra gesehen? Ich hab's euch bereits gesagt. Ich hab sie gesehen. Warum hat er ein Blau-Malbe? Hast du auch gesehen, wohin sie ging? Was springt für mich dabei heraus? Vielleicht möchtest du mit meiner Faust reden. Warum? Kann sie etwas sprechen? Jetzt reicht's aber. Es geht hier um eure Mutter. Du willst was? Hier. Wie wär's damit? Das ist ja echtes Silber. Ich bin euer Mann mit Haut und Haar. Ich sag euch alles, was ich weiß. Die Dame war hier. Es sah aus, als wollte sie die Brücke zur Oberstadt nehmen. Aber dann kam ein Mann auf sie zu. Er stolperte und fiel hin. Genau vor ihre Füße, wie ein Toter. Seine Hände waren blutverschmiert, als käme er gerade aus einem Kampf. Die Dame schüttelte ihn und ich glaube, er sagte, Hilfe! Sie half ihm auf die Füße. Er war ziemlich wackelig. Irgendwie seltsam. Dann gingen sie weg und mehr hab ich nicht gesehen. Wie hat der Mann ausgesehen? Er war ein Mann mit Haaren und einer Nase. Und schöner Kleidung. Aber die war voller Blut. Es ist nicht zu spät. Sie könnte noch am Leben sein. Warum sollte sie jemand entführen? Das ergibt keinen Sinn. Der Mann hat eine Blutspur hinterlassen, wo er gestürzt ist. Ihr könntet ihr folgen. Warum befolgt ihr diesen Vorschlag nicht? Ich gehe nach Hause für den Fall, dass Leandra auftaucht. Klar. Lass mich halt alles wieder alleine machen. Dieses Blut ist frisch. Wenn wir uns beeilen, gibt es vielleicht noch eine Spur, der wir folgen können. Da ist noch mehr. Ja, ich äh... Noch mehr Blut. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wohin bringt er sie? Da. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Hm. Da. Die Gießerei. Sie müssen da drin sein. Hier oben. Oh Gott. Ihr seid hier schon einmal gewesen, richtig? Warst du nicht dabei? Ich frage mich, ob wir diesmal mehr als nur einen Sack voller Knochen finden werden. Mutter muss hier irgendwo sein. Wir müssen uns umsehen. Hier ist wieder eine Blutspur. Was Blutes geht hier rum. Da hat wohl jemand vergessen, die Tür zu seinem Versteck zu tarnen. Das ist... Hm. Vielleicht. Nicht gut aus. Äh... Hallöchen. Ja? Ist dem so. No. Ja. 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 anders vielleicht Was ist denn Wunder, Alter? Was ist denn Wunder, Alter? Huh. Uh. Was geht hier vor sich? Ein Knochenberg? Hmm. Ja. Ich kenne dieses Medaillon. Es gehört Mutter. Das ist nicht gut. Was geht hier vor sich? Es geht los. Oh. Natürlich. Komm ja, Freundchen. Ja, zack. Oh Gott. Äh. Äh. Ja, natürlich haben wir hier noch Abscheidigkeiten. Die für mich zu suchen haben. Ja. Äh. Dämon des Zorns müsste sterben. Schön. So. Jetzt können wir uns hier mit den Schatten unterhalten. Ich brauche Ruhe! Ich... 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 Okay. Was... Ist das? Das ist eine gute Frage. Die Frau auf dem Bild... Sieht beinahe so aus wie Mutter. Ein Schrein für eine Ehefrau? Eine Schwester? Ich muss sie finden. Sofort! Was zur Hölle? Ach, die Truhe kannst du vergessen. Hm. Wenn du das... Wenn du da sagst, dass es so aussieht wie Mutter, dann äh... Mann, hast du dich schon lange nicht mehr gesehen. Ich hab mich schon gefragt, wann ihr endlich auftauchen würdet. Leandra war ganz sicher, dass ihr kommt. Wo ist sie? Ihr werdet meine Gründe niemals verstehen. Eure Mutter wurde ausgewählt, weil sie etwas Besonderes war. Und jetzt ist sie Teil von etwas... Größerem. Ich will niemandem wehtun. Lasst meine Mutter frei, dann werden wir gehen. Sie ist hier. Sie wartet auf euch. Ich habe das Unmögliche vollbracht. Ich habe das Antlitz des Erbauers berührt. Und bin noch am Leben. Wisst ihr, was die stärkste Macht des Universums ist? Die Liebe. Ich habe sie aus dem Gedächtnis wieder zusammengesetzt. Ich fand ihre Augen. Ihre Haut. Ihre feingiedrigen Finger. Und zuletzt... Ihr Gesicht. Oh, dieses wunderschöne... Gesicht. Ich habe überall gesucht, um dich wiederzufinden, Geliebte. Und keine Macht auf Erden wird uns noch einmal trennen. Was? Zur Hölle. Was? Was? Natürlich. Komm. Bring uns doch immer. Ich brauche Ruhe. Natürlich. Das... Das... Das Eigentum von Ninette. Da haben wir sie also. Anderstören... Hat einige Probleme. Eigentlich schon von... Ah... Das... Was geht mit Farbe? Eigentum von Leander Das war's für heute. und das war's mit anders und so es aussieht, war's das auch gleich was, das schauen wir nicht schauen wir nicht Mist ach, das ist halt wieder so ein Mist ach, das ist ich hab mich, wo, ihr werdet meine Gründe nie ich, sie, ich, und folgt meine Weis ich muss es zu Ende viel Glück in diesem Leben ich muss mir den Assault Schrank nehmen ich muss mir den Assault Schrank nehmen das wäre erledigt ja, die Frage ist, können wir hier, was hättest du einen zweiten Anlauf schaffen die dritte Welle, die wird halt so richtig leulig ok, wir haben jetzt uns auch viel eher auf das Eigentum gestürzt jetzt Eigentum von der anderen perfekt so sollte es sein schön ich brauche Ruhe bringen wir es zu Ende schaffen wir es aber die Taktik war jetzt besser als die erste sieht ja schon fast so aus und natürlich kommt jetzt quentin wenn sie das Leben schwer macht du brauchst einen Heiltrank du brauchst einen Heiltrank Mist, wir sind jetzt so weit wir waren so weit wir waren so weit wir dürfen halt anders nicht in der letzten Phase verlieren also wir müssen bis zur letzten Phase alle halten und Anders muss ganz überleben